Achtung, EM-Rentner aufgepasst! Was sich beim Hinzuverdienst 2023 ändert, Vorteile nutzen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Weichen sind gestellt. Die Bundesregierung hat am 31.08.2022 den Gesetzentwurf zum 8. SGB IV Änderungsgesetz vorgestellt. Ab dem Jahr 2023 ändert sich beim Hinzuverdienstrecht in der gesetzlichen Rente wirklich vieles. Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wird abgeschafft. Eine Rentensensation. Aber auch im Bereich des Hinzuverdienstrechtes bei Renten wegen Erwerbsminderung tut sich etwas. Die starke Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro bei der vollen EM-Rente fällt ab 2023 weg. Die Hinzuverdienstgrenzen bei voller und teilweise Erwerbsminderungsrente werden dynamisiert und an die Lohnentwicklung über die Bezugsgröße nach § 18 SGB IV gekoppelt. Im Jahr 2022 beträgt die monatliche Bezugsgröße 3.290 Euro. Die Regelungen gelten für West und Ost. Im Detail gibt es folgende Änderungen für EM-Renten. Der anrechnungsfreie Hinzuverdienst bei voller EM-Rente steigt ab 2023 auf mindestens 17.252,50 Euro. Diese Hinzuverdienstgrenze berechnet sich aus 3 Achtel des 14-fachen der monatlichen Bezugsgröße von 3.290 Euro. Aktuell also genau diese 17.252,50 Euro anrechnungsfreier Hinzuverdienst. Wer das mal nachrechnen möchte, sie rechnen einfach 14 mal 3.290 Euro und davon 3 Achtel sind genau diese 17.252 Euro. Dann wird eine Mindesthinzuverdienstgrenze bei einer Rente wegen teilweise Erwerbsminderung eingeführt. Bis zum 31.12.2022 gilt die Mindesthinzuverdienstgrenze bei teilweise EM-Renten aktuell 2022 von 15.989,40 Euro. Diese steigt als Mindestgrenze ab 2023 auf 34.545 Euro an. Und zwar berechnet sich diese aus 6 Achtel des 14-fachen der monatlichen Bezugsgröße. Zum Nachrechnen, sie rechnen einfach 14 mal 3.290 Euro und davon nehmen sie 6 Achtel. Dann kommen sie genau auf die 34.545 Euro. Ich finde eine relativ einfache Rechnung. Hatte der Versicherte vor Beginn seiner teilweise EM-Rente einen höheren Verdienst, so gilt für ihn, dass er sogar noch eine höhere Hinzuverdienstgrenze bekommen kann. Die Berechnung ergibt sich dann aus den Vorgaben im Gesetz. Im Grundsatz gilt für alle Rentenbezieher einer teilweise Erwerbsminderungsrente, dass der anrechnungsfreie Bruttoverdienst, Jahresbruttoverdienst, ab Rentenbeginn 2023 mindestens bei 34.545 Euro beträgt. Steigt die Bezugsgröße im Jahr 2023, steigen auch die Hinzuverdienstgrenzen ab 2023 bei den Renten wegen Erwerbsminderung. Deshalb sind die aktuell bekannten neuen Hinzuverdienstgrenzen noch unter Vorbehalt, weil wir nicht wissen, wie hoch die Bezugsgröße 2023 aussieht. Steigt diese, steigen auch die Hinzuverdienstgrenzen bei voller und teilweise Erwerbsminderungsrente für das Jahr 2023. Es gibt grundsätzlich nur noch die 40% Anrechnung für Verdienst, der über den Hinzuverdienstgrenzen liegt. Der Hinzuverdienstdeckel fällt ersatzlos weg, was aus unserer Sicht eine große finanzielle Erleichterung für die EM-Rentner ab 2023 ist. Damit gibt es nämlich keine 100% Anrechnung mehr. Als Hinzuverdienst neben der EM-Rente werden ab 2023 nur noch die Sozialleistungen angerechnet, die beitragspflichtig sind und eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente bewirken. Als Hinzuverdienst wird künftig nicht mehr das Arbeitsentgelt oder das Arbeitseinkommen berücksichtigt, das der Sozialleistung zugrunde liegt, sondern nur noch die beitragspflichtige Einnahme. Denn diese beträgt in der Regel 80% des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgeltes oder Arbeitseinkommen. Damit sinkt 2023 der anrechenbare Hinzuverdienst als Sozialleistungen, die auf EM-Renten nach den Vorschriften des § 96a SGB VI anrechenbar sind. Auch wiederum eine große finanzielle Erleichterung für alle EM-Rentnerinnen und EM-Rentnern, bei denen zum Beispiel bei teilweise EM-Rente Krankengeld oder andere Sozialleistungen angerechnet werden als Hinzuverdienst. Es wird eine Prognosemeldung und eine Spitzabrechnung bei der Hinzuverdienstregelung im EM-Rentenrecht ähnlich wie bei der Altersrente eingeführt. Grund? Ganz klar, bei der gesetzlichen Altersrente fällt die Anrechnung des Hinzuverdienstes ab 2023 weg. Deshalb gibt es dort keine Spitzabrechnung mehr und auch keine Prognosemeldung mehr. Das fällt alles weg. Dafür muss praktisch eine ähnliche Regelung im Hinzuverdienst-Anrechnungsrecht des § 96a eingeführt werden. Neu an diesen Regelungen ist eine Verfahrensvereinfachung für die Rentenversicherung. Die Spitzabrechnung muss nicht mehr zwingend am Stichtag 1.7. des Folgejahres erfolgen, sondern kann auch flexibler durchgeführt werden, was auch im finanziellen Interesse der Versicherten ist. Das finde ich auch eine sehr gute Regelung, dass man also zum Beispiel im März 2023 oder im Oktober 2023 dann auch der Deutschen Rentenversicherung sagt, du, pass mal auf, ich bekomme jetzt das und das Einkommen, bitte jetzt berücksichtigen. Rentenbezieher von Renten wegen Erwerbsminderungsrenten können ab 2023 deutlich mehr anrechnungsfrei dazu verdienen. Aber aufgepasst, es gilt wie immer der Grundsatz, dass sich jeder EM-Rentner an die gesetzlichen Stundenvorgaben halten muss. Das gilt auch bei dem neuen Hinzuverdienstrecht. Ansonsten kann die EM-Rente in welcher Form auch immer in Gefahr sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentengescheit24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.